Haliotis am 23. Januar 2010. Haliotis Südportugal. Wir blicken hier auf den Waldgartenhang. Unterhalb sind die Gartenterrassen, die Haliotis schon vorgefunden hat. Hier wurden vor vier Jahren Wollmispeln gepflanzt. Diese Wollmispeln erleben dieses Jahr erstmals eine Früchtezeit. Sie haben im November geblüht und werden irgendwann zwischen Ende März und Mitte Mai sehr schöne Früchte zeigen. Pflanzt man diese Wollmispeln zu nah an Häuser, dann neigen die Früchte zu einem Scharfbefall. Aber hier so freistehend geht es ihnen sehr gut. Die Pflanzen wurden geworben im Barranco in der Schlucht. Die Natur produziert hier eigentlich alles selbst, was hier in dieser Landschaft wächst. Schlafende Oase wecken. Alles von Hand. Auf bald. Schlafende Oase. Schlafende Oase. Schlafende Oase.